Ich muss ganz ehrlich zugeben, bei diesem Buch bin ich etwas befangen, weil ich Anders Inset sehr, sehr schätze als Kolumnist, aber vor allen Dingen auch seine Bühnen-Performance. Er ist in der Lage für geile Leadership, muss ich an der Stelle auch mal so sagen, zu inspirieren und wirklich tolle Ratgeber zu machen und das gilt auch für seine Bücher. Der Titel des Buches lautet Wikinger-Kodex und die Unterzeile sagt es recht eindeutig, warum Norweger so erfolgreich sind. Er ist, muss man ja sagen, zur Hälfte Deutscher, zur Hälfte Norweger, etwas vereinfacht gesagt, aber er zählt die vielen, vielen, vor allen Dingen Sportler auf, die aus Norwegen kommen, einem 5,5 Millionen Land, überschaubarer Größe, bringen sie eben sehr, sehr viele dieser Top-Sportler hervor und er analysiert, woran das liegen kann und zieht Ableitungen für das Geschäftsleben. Was die meisten von uns schon wissen, ist, dass Norwegen auch im Business sehr erfolgreich ist, der Staatsfonds, das ist ein sehr reiches Land, den Leuten geht es dort sehr gut, sie sind glücklich und vergessen trotzdem das Arbeiten nicht. Und der Wikinger-Kodex beschreibt, wie das im Sport zutrifft, was das mit der Mentalität der Kultur zu tun hat, was sich in Norwegen auch geändert hat. Das Wort Teamplay, sehr vereinfacht dargestellt jetzt von mir, spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle und es gelingt ihm, das sehr, sehr gut zusammenzufassen. Das Buch hat grob gesagt zwei Teile. Im ersten geht es tatsächlich darum darzustellen, was ist typisch am Wikinger-Kodex, was ist typisch norwegisches Erfolgsgeheimnis. Und da geht er natürlich auch sehr, sehr lebhaft mit den einzelnen Individuen sozusagen ins Geschirr. Man lernt sehr viel über Sportler, es ist sehr unterhaltsam, auch ist es wirklich schön zu lesen, eine schöne Sonntags-Nachmittags-Lektüre oder für die Reise. Hat aber zwischendurch immer diesen ganz klaren wissenschaftlichen Aspekt und das gefällt mir so wahnsinnig gut. Im zweiten Teil geht es dann nochmal ganz klar um die Ableitung. Was heißt das allgemein gesprochen für den Rest der Welt sozusagen auch? Und wie gesagt, diese Aufteilung macht total Sinn, ist schlüssig und es ist wirklich sehr, sehr angenehm zu lesen und man verschwendet sehr viel Kuli da rein beim Anstreichen.